Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge MXPayN3. Viel Spaß euch, weiter geht's. Was ist das schwierig? Hey! You Americans love to interfere things you do not understand. Oh, I understand plenty asshole. How stupid can one man be? I can't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. I can't understand how I'm going up. Come on. You should know when to walk away. Those ceiling tiles looked kinda loose. It was worth a shot. Take a panini. And now. And now. Gets. 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 Was ist das? Warum glaubst du schon nicht sterben? Du bist schon bereit! Was hattest du, hier zu erreichen? Du wirst nicht wissen, wann du dich verloren hast! Da gibt's keine Munition. Gibt den wir noch? Natürlich gibt er noch. Jetzt haben wir ihn. Das war der Passgericht nach Becker's Office. Ich war knapp am Ende, und ich konnte es fühlen. Becker! Was etwas lustig über Diener? Ich fühle mich wie die Angelegenheit. Ich sah wie ein grosser Mann, mit einem schlechten Tempere. Du wunderschöne Scheiße! Ich weiß alles! Ich weiß alles, mein Freund. Lass ihn aus, Max. Da ist ein guter Mann. Ich bin aus, Max. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Aber du hast ihn nicht! Becker, lege seinen Kugeln! Sie schützen die Tür. Meine einzige Hoffnung war, sie nachdenken. Ich wusste, dass sie meine Stadt und meine Gefühle sind, sie versuchen, hier raus zu fliegen. Die Menschen lieben, dass sie fliegen. Goddammit! Okay, Max, du check the Main Terminal. Ich gehe und schaue den Bronco-Plane bei der Hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, their sex club. My delusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. They were out for them too late. They were out for me. 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 Hey. Now do I need them for the check-in? Come on, little bastards. jetzt Blöd kann man hier rauskommen, Alter. Keine Deckung. Das ist jetzt absoluter Dusel. Keine Deckung, keine Munition. Was los mit dem? Alter. Alter. Das ist purer Dusel. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich hab keine Ahnung, hier hoch oder was? Nee. Ich hab jetzt gedacht, ich musste irgendwie hoch, aber ich komm jetzt irgendwie nicht mehr raus. Stop. Don't, 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 don't. Das war's für heute. So unpräzise die Waffe. I felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty free and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. I was making a bet. Ich will sich nicht zeigen, der Drecksack. Aber er muss. Und er wird. Das war Becker, Leute. Wir hatten einen privaten Flugzeug, um mit ihrem privaten Armee und ihrem privaten Jet zu gehen. Der schon wieder. Das ist wie ein Klo zu finden. Das ist wie ein Klo zu finden. Du kannst es nicht verletzen. Das ist wie ein Klo zu finden. 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 Das war es. Künstler-Restand. Ich konnte nach dem Weg nach dem Weg gehen. Es gab Ufe auf dem Flugzeug. Und die Zivilisten sind rausgezogen. Wir schauen auf einen Weg nach dem Flugzeug, um den Flugzeug zu verlassen, war ein wunderschön. Aber eine, die ich nicht brauchte. Nur mit dieser Kackwaffe hier, wo du nix triffst. Ich muss näher an. Ich habe eine andere Waffe, die so scheiße. Ich schau mal, dass die oben drauf kommen. 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 Endlich Pinkeles wären cool Door öffnen Door öffnen Door öffnen Ich würde das niemals ohne dass tausend Gegner wären Der Tram zum nächsten Terminal ist nach den Escalatorn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich bin bald tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, Trams gehen wieder. Vielleicht bringen sie mich zu meinem Garten. Vielleicht bringen sie mehr Leute, die mich wollen. Vielleicht haben sie mich. Vielleicht beide. So, klar. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und wir sind weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir wollen doch mal was mit Pinkeles. Das wäre jetzt... Ich hätte gedacht... Ja, das weißt du... Alter... Zeig dich endlich... Verdammte Scheiße... Alter, ist das schwierig... Einzutreffen... Zeig dich... Könnte der letzte sein... Also... War so klar... Wir sind am Ende... Eine Folge... Macht's gut... Schaltet wieder ein... Bis zum nächsten Mal... Ciao, ciao...